Ich lerne Deutsch. Nummer 3176 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Liebe zwischen meiner Mutter und mir ist unbezahlbar. Wir können uns immer blind aufeinander verlassen. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er hat hohes Fieber, Husten und Schnupfen. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er hat hohes Fieber, Husten und Schnupfen. Es könnte klappen. Wir werden es auf jeden Fall gleich ausprobieren. Es könnte klappen. Wir werden es auf jeden Fall gleich ausprobieren. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Ich habe die richtige Brille für mich gefunden. Die Gläser sind aus Kunststoff und der Rahmen ist stylisch. Was sollen wir heute unternehmen? Hat jemand einen Vorschlag? Es ist so gemütlich und kuschelig hier bei dir. Ich fühle mich wohl. Es ist so gemütlich und kuschelig hier bei dir. Ich fühle mich wohl. Das Medizinstudium in den USA dauert drei bis fünf Jahre. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Seit wir gemeinsam für mein neues Buch recherchiert haben, ist die Arbeit viel effizienter geworden. Pilze sammeln ist ein Hobby vieler Menschen. Ein warmer und feuchter Sommer ist ideal für eine reiche Ernte. Pilze sammeln ist ein Hobby vieler Menschen. Ein warmer und feuchter Sommer ist ideal für eine reiche Ernte. Der Tag war so lang. Ich bin müde und habe kaum noch Energie. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Der Tag war so lang. Ich bin müde und habe kaum noch Energie. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Rolf ist auf dem Weg zur Arbeit. Er schiebt sein Fahrrad über den Zebrastreifen. Ich jogge jeden Tag. Wenn ich auf Dienstreise bin, jogge ich auch in der Stadt, sonst lieber im Wald. Mein Haar ist ganz natürlich. Ich lasse es mir seit Jahren wachsen und habe es noch nie gefärbt. Ich sitze auf einem Baumstumpf im Wald und telefoniere. Peter schneidet eine große Wassermelone in Scheiben. Peter schneidet eine große Wassermelone in Scheiben. Ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz. Ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz. Ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz. Es sollen schon wieder Kolleginnen entlassen werden. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Der Arzt sitzt an einem Schreibtisch und telefoniert mit einem Kollegen. Hast du dich beim Sport verletzt? Warum trägst du diesen Verband? Hast du dich beim Sport verletzt? Warum trägst du diesen Verband? Warum hat er mich jetzt wieder angerufen? Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Warum hat er mich jetzt wieder angerufen? Ich möchte in Ruhe Fahrrad fahren. Es dauert noch etwas, bis ich bei dir bin. Ich warte jetzt auf ein Taxi. Dieser Absatz wurde hinzugefügt. Bist du damit einverstanden oder sollte noch etwas geändert werden? Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Was möchtest du als nächstes tun? Wir könnten zu den Pferden gehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Was möchtest du als nächstes tun? Was möchtest du als nächstes tun? Was möchtest du als nächstes tun? Du bist doch nicht. Du hast möchtest du als nächstes tun? Ich schraubst du als nächstes tun. Vielen Dank.